Liebe Jutta Brönde, beim Bauer Halsi läuft wieder die mobile Bewässerung. Es ist wieder heiss geworden, wocken und bleibt die ganze Woche trocken. Drei Kubikmeter Wasser haben da Platz im Fass. So, was ist da drin? Ein Bier für den Bauer Halsi. Ich warte da, bis da mein Fass leer gepumpt ist. Na dann, Prost, YouTuber. Das schmeckt dann gut. Ja, da laufen gerade drei Stunden, drei Kubikmeter durch. Nicht so wahnsinnig viele. Aber für die Blumenfeld reicht es.